Es werden zivilisatorische Tabus gebrochen. Die Taten geschehen an Orten, an denen jeder von uns sein könnte. Und wir können den Angehörigen der so vielen Opfer zeigen, dass wir mit ihnen leiden, dass wir mit ihnen trauern, dass sie nicht allein sind. Und wir werden alles tun, um die barbarischen Taten aufzuklären, die Hintermänner aufzuspüren und ihrer Strafe zuzuführen. Und wir werden dann abschließend auch entscheiden müssen, wo zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.